da bin ich wieder wie versprochen das andere video davon beziehungsweise von heute ja eine kleine spitfire die ist irgendwie mit granulat gefüllt oder mit sand ich weiß es gar nicht hört man auch bock bock ist ein magnet drunter die kann man sich also auf die schulter machen hier seht ihr den magnet habe jetzt eine hand weil die ist extrem klein kann man jetzt einfach ab machen normalerweise einfach so ein wirklich starker magnet direkt dran geplopft hier hat den da auf den tisch geschmissen ist direkt dran also das ist schon krass also sehr stark circa wie die da oben die hängen ja auch schon da an der scheibe dran auch mit diesen magneten hier da sieht man es ja der hält niedlich stickerei auge nase mund für die kleine größe hier echt vernünftig gemacht also bin ich echt zufrieden mit ich meine 200 euro habe ich bezahlt auf der pony con holland hier ist noch ein q die mark ja und ich weiß jetzt gerade nicht von wem ich habe jetzt gerade die daten nicht wenn ich es schaffe und pünktlich finde dann gucke ich noch mal nach ob ich das irgendwie verlinken kann ansonsten halt beim nächsten mal aber ich werde dann noch mal von ich kaufen weil die ist wirklich echt vernünftig gemacht die ist richtig gut flügel sind auch gut gemacht die mark sind gut die ohren sind vernünftig auch von der form her und von der qualität her auch mene ist richtig gut gemacht mit den zwei farben dann haben wir hier noch die augen die habe ich ja schon gezeigt auch ordentlich gut die dichte ist jetzt hier nicht ganz so krass gegeben aber es ist wirklich vernünftig also kann man war die 200 euro definitiv wert auf jeden fall das hat sich gelohnt die schweif ist genauso auch zweifarbig sie euch an guckt sie euch ganz genau an vergesst nicht das ganze zu abonnieren dann kann ich auch mehr machen mehr videos bringen ich weiterkomme kommen weitere videos so ist das ich hoffe das video hat euch gefallen die detaillierten bilder wie immer auf den unten verlinkten plattform kennt er bereits da könnt ihr gucken wenn ihr fragen hat fragt mich was wenn ihr keine fragen habt fragt mich trotzdem dann spaß ja und ansonsten aber das ist sogar extrem synchron gemacht auf beiden seiten cool die mene ja ich finde mal raus wo er ist und dann verlinke ich das noch mal eventuell nachträglich dann ja und dann mache ich jetzt noch die fotos setzt sie dann online und dann könnt ihr euch die noch mal in ruhe angucken habe ich gesagt der magnet hat echt power die der magnet kommt unter das t-shirt und dann könnt ihr euch die auf die schulter machen dann ist sie auch eigentlich fester drauf die ist vom gewicht her auch extrem schwer für also für so ein kleines pony ist sie wirklich schwer das ist auch gut weil falls sie mal abgehen sollte dann merkt man das halt dass da was fehlt vom gewicht her also man spürt dass sie da ist aber es ist halt nicht so nervig und ja finde ich gut würde ich von dem gewicht her selber auch noch mal so haben wollen ich schätze mal 300 gramm hat die bestimmt 300 gramm kommt hin würde ich sagen bis zum nächsten video nächste woche kommt auf jeden fall wieder was also nächstes wochenende mache ich auf jeden fall was kurze anmerkung die woche wird jetzt voll sein da kommt auch noch ein gta 6 trailer raus da warten wir jetzt auch noch mal drauf werde ich aber auf youtube nichts zu bringen weil interessiert mich irgendwie schon aber irgendwie auch nicht auf youtube zumindest nicht ja und das andere projekt was jetzt am laufen ist da werde ich euch ab nächste woche mitnehmen ich habe ja immer angekündigt wir machen was spezielles und was neues ja und das kommt das kommt jetzt nach und nach bis demnächst tschau tschau